Moin Leute und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 RP Merci City Mal gucken, was heute passiert. Wir machen unsere Vorprüfung von Pkw Äh, ja Und ja, dann, wenn's euch fällt, könnt ihr gerne liken, abonnieren Und keine weiteren Folgen zu fair Und dann ja, mal gucken, ob wir heute ausgerabbt werden Ich hab ja auch 12.30 bei mir Heute mit den kleinen Baby zusammen Baby Kann ich grad sagen, ich bin ohne da Undeck, ich bin kein Baby Ha, 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 ha Nein Ich sag nur Windel Ich kann mal wieder gut fahren Ja, davor Wirst du die Huppe? Ne Ne Nun, dann übertragen werde ich die Hey, jetzt höchst du sie bei mir Sie sind aufm Parkplatz Guten Tag Achso Guten Tag Guten Tag Guten Tag Wollen wir mich anrufen? Blum 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 Wieso? Ach, weil ich doch die Klingelton gerne hören möchte Oh, der ist erreichbar Der Notarzt Wovon? Wo soll ich ihn jetzt anrufen? Na nee Warum? Ich möchte meinen Klingelton hören Achso Jetzt freu ich sie um War leider kein Erfolg Hit on Warte mal kurz Töne? Klingelton Kommst du rein? Warte, wir wollen Fahrschule machen Ja, komm rein Ich bring dich wohin Mechaniker Achso, nein, ich hab's frei Warum ist deine Kamera aus? Achso, weil ich kein Internetverband am Laptop Hm Dreck Geld Oh, scheiße Ich hab's Morde sein auch He